Glicke Glückslern Einleitung Wenn man heute jemanden fragt, was er unter Glück verstehe, so wird man in den allermeisten Fällen zur Antwort bekommen, dass es eine Art Hochgefühl sei, das uns gelegentlich erfülle. Glück wäre demnach ein bestimmtes psychisches Phänomen. Ein Gefühl, das wie andere Gefühle auch zuweilen in uns auftritt, zuweilen nicht. Und das als im höchsten Grade positiv empfunden wird. Die Konsequenz dieser Auffassung ist, dass jeder nur alleine entscheiden kann, ob er glücklich ist. Denn zu unseren Gefühlen haben andere keinen unmittelbaren Zugang, so dass jeder nur über sich selbst urteilen kann, von welchen Gefühlen er zur Zeit beherrscht wird. Wir rechnen durchaus mit der Möglichkeit, dass jemand, der offenbar vom Glück verwöhnt wird, der gesund und wohlhabend ist, im Beruf erfolgreich mit einem zuverlässigen Partner in der Liebe verbunden, woraus ein strebsterber Sohn oder eine schöne Tochter entsprungen sind und dem auch sonst zuteil wurde, was immer man für positiv halten mag. Das ist also ein solcher wahrer Glückspilz und dennoch betrübt anblickt und behauptet, er sei tot unglücklich. Und wenn wir ihm all seine Vorteile herzählen und er dabei bleibt, dass er unglücklich sei, so sehen wir uns mit unseren Lateinen am Ende. Das gleiche gilt für die entgegengesetzte Situation. Wenn einer krank, bettelarm, erfolglos, vom Partner verlassen und so weiter ist und dennoch behauptet, er sei rundum glücklich, so werden wir das letztlich akzeptieren, weil eben Glück für uns eine reine Privatsache ist, über die kein anderer urteilen kann. Die weitere Konsequenz dieser Auffassung ist unsere Überzeugung, dass sich keine allgemein verbindlichen Glücksregeln aufstellen lassen, sondern jeder auf seine Fasson selig werden muss. Denn wenn Glück ein subjektives Gefühl ist, muss jeder seine eigenen Erfahrungen mit ihm machen, um zu ergründen, bei welcher Gelegenheit es aufzut und welche Umstände ihm entgegenwirken. Aber nicht einmal für die eigenen Glücksmöglichkeiten lassen sich sichere Regeln aufstellen, weil sie sich auch auf empirische Erkenntnisse stützen müssen, die zumal bei der so schmalen Basis einer Ein-Mann-Erfahrung keine absolut zuverlässigen Vorhersagen gestatten. Immanuel Kant schreibt dazu, Nun ist es unmöglich, dass das einsehendste und zugleich allervermögendste, aber doch endliche Wesen sich einen bestimmten Begriff von dem mache, was es hier eigentlich wolle. Will jemand Reichtum? Wie viel Sorge, Neid und Nachstellung könnte er sich dadurch nicht auf den Hals ziehen? Will er viel Erkenntnis und Einsicht? Vielleicht könnte es ein nur umso desto schärferes Auge werden, um die Übel, die sich für ihn jetzt noch verbergen und doch nicht vermieden werden können, ihm nur um desto schrecklicher zu zeigen. Oder seinen Begierden, die ihm schon genug zu schaffen machen, noch mehr Bedürfnisse aufzubürden. Will er ein langes Leben? Wer steht ihm dafür, dass es nicht ein langes Ehren sein würde? Will er wenigstens Gesundheit? Wie oft hat noch Unmächtlichkeit des Körpers von Ausschweifungen abgehalten, da rein unbeschränkte Gesundheit würde haben fallen lassen, usw. Fükant lassen sich daher allenfalls unverbindliche Ratschläge für das menschliche Glückstreben geben. Eine solche Auffassung war keineswegs immer vorherrschend. Die Griechen hatten zunächst einen ganz anderen Glücksbegriff. Was wir mit Glück oder Glückseligkeit übersetzen, heißt im griechischen Eudaimonia. Was, wenn es wörtlich nimmt, so viel bedeutet, wie einen guten Dämon haben und einen guten Stern stehen. Also einfach, dass es einem wohler geht. Dabei ist ursprünglich in erster Linie an das äußere Wohlergehen wie Schönheit, Reichtum, Macht und dergleichen gedacht. Aber bereits in der griechischen Klassik, die in der Philosophie vor allem durch Platon und Aristoteles repräsentiert wird, tritt uns ein verinnerlichter Glücksbegriff entgegen. Allerdings in einen ganz anderen Sinn als dem oben skizzierten, der für uns typisch ist. Platon wird nicht müde zu betonen, dass es nicht auf die äußeren Vorzüge ankomme, sondern auf die inneren. Entscheidend sei die Verfassung der Seele, in der die Vernunft die Herrschaft haben müsste. Ähnlich Aristoteles. Er definiert die Eudaimonie als Tätigsein der Seele im Sinne der ihr wesenhaften Tüchtigkeit. Damit ist folgendes gemein. Für Aristoteles bildet die Welt einen sinnvoll geordneten Kosmos, in dem jedem Ding und jedem Wesen sein bestimmter Platz und seine bestimmte Rolle zugewiesen sind. Daher hat auch jedes Wesen eine bestimmte, für es wesenhafte Tätigkeit. Für den Schuster ist es das Schuhe machen, für den Zitterspieler das Zitterspielen, für das Pferd der schnelle Lauf. Und so muss es auch für die Menschen als solchen eine spezifische Tätigkeit geben. In der Körperlichkeit nun kann sie nicht liegen, denn diese haben wir mit allen, selbst mit den anorganischen Dingen gemein. In der Lebendigkeit kann sie ebenfalls nicht liegen, denn diese besitzen auch schon die Pflanzen. Im Beseeltsein kann sie wiederum nicht liegen, weil wir es mit den Tieren teilen. Also kann sie nur in einem bestimmten Teil der Seele liegen, nämlich in der Vernunft, denn diese ist es, die uns vor allen anderen vergänglichen Wesen auszeichnet. Vernünftiges Denken ist also die wesenhafte Rolle des Menschen, sein eigentlicher Zweck in der Welt. Dies ist ein Gut, nach dem er streben soll, und wenn er es in vollkommener Weise erreicht, verwirklicht er damit sein höchstes Gut. Das höchste Gut ist aber die Eudaimonie. Eudaimon ist also der Mensch dann, wenn er seine Vernunft zur Vollkommenheit gebracht hat. Man sieht leicht, dass hier ein anderer Glücksbegriff vorliegt, als der bei uns gängige. Glück ist für Aristoteles kein subjektives Gefühl, über das nur der Betroffene befinden kann, sondern die vollendete Erfüllung der von der kosmischen Ordnung vorgeschriebenen Rolle. Also ein objektiver Zustand, der im Prinzip durch jeden anderen kontrollierbar ist. Es ist daher durchaus denkbar, dass jemand anders besser über meinen Glückszustand Auskunft geben kann als ich selbst. Für den Fall nämlich, dass er die besseren metaphysischen Kenntnisse besitzt. Denn um zu beurteilen, ob ich glücklich bin, muss ich wissen, welche Rolle mir in der Welt zugedacht ist. Von Verinnerlichung kann in der Klassik also nur im eigentlichen räumlichen Sinne die Rede sein. Insofern es nicht mehr auf die äußeren Verhältnisse des Menschen ankommt, sondern auf die Verfassung seiner Serie, ob die Vernunft ihrer Funktion in vollendeter Weise erfüllt. Eine Verinnerlichung im übertragenen Sinne einer Subjektivierung und Privatisierung findet sich nicht. Das subjektive Empfinden spielt bei der Frage nach der Eudämonie allenfalls eine sehr untergeordnete Rolle. Ganz aus dem Glück, insofern weder Platon noch Aristoteles das Lustgefühl ganz aus dem Glück verbanden mögen. Aber es ist niemals das eigentliche und letzte Kriterium, sondern bedarf in seiner Bedeutung für die Eudämonie selbst erst der Beurteilung nach metaphysischen Kriterien. Infolge dieses Objektivismus haben die Klassiker denn auch keine Schwierigkeit, allgemein verbindliche Regeln des Glückserwerbs aufzustellen. Wer glücklich werden will, muss seine Vernunft in theoretischer und praktischer Funktion zur Vollendung bringen und wie dies geschehen kann, wird detailliert entwickelt. Die Privatisierung des Glücks, die das abendländische Denken dann entscheidend geprägt hat, vollzieht sich erst im Hellenismus, also derjenigen Epoche der Geistesgeschichte, die in der Philosophie durch die Stoiker, Epikureer und pyronischen Skeptiker repräsentiert wird und die, wenn man sie enger nimmt, die letzten drei vorchristlichen Jahrhunderte umfasst. Epikur schreibt, alles gut und übel ist in der Wahrnehmung. Und Seneca zitiert einen Komödiendichter mit dem Vers, Nones beatus esse sequino putant. Niemand ist glücklich, der sich nicht dafür hält. Hier finden wir genau den Subjektivismus ausgedrückt, der auch in unserem Denken vorherrscht. Und es stellt sich die Frage, wie es dazu gekommen ist. Man kann die Entwicklung des griechisch-philosophischen Denkens grob so skizzieren. Das Hauptinteresse der Vorsokratiker lag in der Erkenntnis der Natur. Sophistik und Klassik wandten sich dann den Menschen zu, aber sie sahen den Menschen zunächst vor allem als gesellschaftliches Wesen. Ihr Hauptaugenmerk war auf das Wohl und Gedeihen der menschlichen Gemeinschaft, der Polis, gerichtet. Der Hellenismus dagegen sah den Menschen in erster Linie als individuelles Wesen. Ihm ging es um das Heil des Individuum, einzelnen individuellen Menschen. Dieser hellenistische Individualismus ist von den Historikern immer wieder herausgekehrt worden und auf allen Gebieten des Geisteslebens in Philosophie, Kunst und Literatur vielfältig belegt. Aus ihm nun ergibt sich mit einiger Konsequenz die radikale Privatisierung des Glücks. Die Gedanken der Hellenisten mögen etwa diesen Weg genommen haben. Höchstes Gut ist das Heil des individuellen Menschen. Der Begriff des höchsten Gutes heißt im griechischen Telos, im prägnanten Sinn als absoluter Endzweck. Telos wird definiert als dasjenige, um dessen Willen alle übrigen Dinge da sind, während es selbst um keines anderen Willen da ist. Wenn nun der einzelne Mensch dieser Endzweck sein soll, dann muss jeder Einzelne all seine Zwecke schlechthin einschließlich seiner selbst als Endzwecks sich selbst gesetzt haben. Denn angenommen alle Zwecke seien zwar um den einzelnen Willen, aber nicht von ihm selbst gesetzt, dann ließe sich dies nur so denken, dass eine übergreifende Ordnung existiere, durch die eine Wert- und Zweckhierarchie festgelegt wäre, durch die also bestimmt würde, dass das Individuum Zweck alles Übrigen sei. Aber in diesem Falle wäre eben diese Ordnung der höchste Zweck. Denn wenn gefragt würde, warum alle Dinge um des einen Willen zu geschehen hätten, so wäre zu antworten, damit die vorgegebene Ordnung erfüllt werde. Und erst die Frage nach dem Sinn dieser Ordnung wäre nicht mehr beantwortbar. Wenn der Einzelne dagegen alle seine Zwecke selbst setzt, dann allein ist er der absolute Endzweck. Denn auf die Frage, warum gerade dieser und nicht andere Zwecke für ihn gölten, gibt es nur die Antwort, weil er selbst es will. Die Privatisierung aller Werte und Zwecke ist somit eine Konsequenz des hellenistischen Individualismus. Damit wird auch die Eudämonie in der Weise subjektiviert und verinnerlicht, wie es für das gesamte spätere Abendland bestimmt geworden ist. Wir haben am Beispiel des Aristoteles gesehen, dass für die griechische Klassik die Eudämonie ein objektiver Zustand ist, über dessen Vorliegen nicht das Befinden des Betroffenen, sondern die metaphysische Weltordnung entscheidet. Wir sind dann glücklich, wenn wir die Rolle, die uns von der kosmischen Ordnung angewiesen ist, in vollkommener Weise erfüllen. Das lässt sich auch so ausdrücken. Eudämonie ist die Verwirklichung aller vorausgesetzten Zwecke. Damit hat man zugleich eine Formel, die, wie ich glaube, den Gebrauch des Glücksbegriffs über weite Strecken der Geistesgeschichte abdeckt. Zumindest lässt sie sich auch auf den Hellenismus anwenden, nur mit dem entscheidenden Unterschied zur Klassik, dass die Zwecke nicht von einer metaphysischen Ordnung vorgegeben sind, sondern der Einzelne sie sich selbst setzt. Eudämonie besteht demnach in der Erreichung aller Zwecke, die man sich selbst gesetzt hat. Man ist glücklich, wenn man alles erlangt, was man möchte, wenn alle eigenen Wünsche in Erfüllung gehen. Folglich kann nur jeder Einzelne für sich selbst entscheiden, wann er glücklich ist und wann nicht. Denn da es von ihm allein abhängt, welche Wünsche und Zwecke für ihn gelten, so kann niemand anders als er selbst wissen, ob die Situation, in der er sich befindet, seinen Zwecken entspricht. Das Glück wird also zu einer reinen Privatsache. Dadurch wird es zugleich zu einem reinen Bewusstseinsphänomen, wie es die angeführten Zitate aus Epikur und Szenica zum Ausdruck bringen. Dass jemand glücklich ist, ohne es zu merken, was in der Klassik immerhin möglich schien, wäre nun undenkbar. Glück besteht ja in nichts anderem als dem Bewusstsein, dass alle seine Zwecke erreicht sind. Die Hellenisten haben auch versucht, eine psychologische Erklärung zu geben. Alles Unglück besteht für sie in einer unkontrollierten Erregung der Seele, einem Affekt. Ursache ist das angestrengte Streben nach Dingen, die man haben möchte, aber nicht hat. Sind jedoch alle Ziele erreicht, dann löst sich die Spannung des dauernden Strebens und eine heitere Ruhe und Gelassenheit erfüllt die Seele. Entsprechend umschrieben Pyrrhon und Epikur den Zustand der Glückseligkeit mit Ataraxie, Erregungsfreiheit. Die Stoiker gebrauchten den Ausdruck Apathie, der Affektfreiheit bedeutet. Gemeint ist jedes Mal dasselbe, nämlich das Freisein von jeglicher Erregung, die Ruhe und Ausgeglichenheit, das Gemüt, der vollkommene innere Frieden. Veranschaulicht wurden die Seelenzustände mit Hilfe der Zustände des Wassers. Der Zustand der Erregung und des Unglücks wurde verglichen mit dem sturmgebeitschten Meere, während die Ataraxie der Pyrrhonäer und Epikuräer der heiteren Meeresstelle gleichgesetzt wurde. Die Stoiker definierten die Eudaimonie als Wohlfluss des Lebens. Und diese Metapher scheint mir raffinierter. Denn wenn man sich fragt, wann ein Fluss wohl fließt, dann dürfte die Antwort lauten, dass es dann der Fall ist, wenn ungehindert seinen Lauf nimmt, so dass sich kein Strudel oder Wellen bilden. Das Tertium Komparations wäre also auch hier die glatte und sanfte Oberfläche. Zugleich wird aber durch die Metapher auch verdeutlicht, wann dieser Zustand gegeben ist. Nämlich dann, wenn sich dem Leben keine Hindernisse in den Weg legen. Das heißt, wenn man alle seine Zwecke erreicht. Das lässt sich also so auslegen, dass das Bewusstsein der Zweckerfüllung nicht selbst die Eudaimonie ausmacht, sondern ihre Ursache ist. Während die Eudaimonie selbst im Bewusstsein der inneren Entspanntheit und Zuhl besteht. Damit wäre man schon sehr nah an der heutig vorherrschenden Auffassung, dass das Glück ein bestimmtes Gefühl sei. Der Initiator dieser Meinung scheint im besonderen Epikur gewesen zu sein, insofern er zu der Überzeugung gelangt war, dass das Glück als oberster und ursprünglicher Wert nicht von der Vernunft erkannt, sondern nur von der Sinnlichkeit gegeben und also nur als Lust gefühlt werden könne. Diese hellenistische Vorstellungen scheinen weniger an Aktualität eingebüßt zu haben. So entwickelte der Psychologe M. Chikshintimali eine Glückstheorie, die direkt aus einem historischen Lehrbuch stammen könnte. Quelle des Unglücks ist für ihn Unordnung im Bewusstsein und dementsprechend besteht das Glück in der Ordnung im Bewusstsein, der Harmonie. Er hat diesen Zustand Flow genannt und er meint damit fast genau dasselbe wie die Stoiker mit dem Wohlfluss des Lebens, nämlich das geordnete und erfolgreiche Streben nach einem selbstgesteckten Ziel. Aber auch wenn man andere zeitgenössische Glückstheorien betrachtet, wird man feststellen, dass vielfach noch in antiken Begriffen gedacht wird. Der Grund mag darin liegen, dass die Forschung, vor allem die empirisch-psychologische, sich bisher viel ausgiebiger mit den negativen Erlebnissen beschäftigt hat, als mit dem Positiven. Der Schmerz ist sehr viel besser erforscht als die Lust. Erst in jüngerer Zeit hat man sich auch den positiven Zuständen intensiver zugewandt. Und in diesem Zusammenhang mag es hilfreich sein, die Texte, die in unserem Glücksdenken bis heute entscheidend geprägt haben, in deutscher Übersetzung vorzulegen. Das ist der eine Anlass dieses Buchs und das Schwergewicht, das es auf die Glückstheorien des Hellenismus legt. Diese Epoche hat in der philosophiehistorischen Forschung erst seit Kurzem gründlichere Berücksichtigung gefunden. Vor dem galt sie als epigonal und von wesentlich geringerer Bedeutung als die vorhergehende Klassik des Platon und Aristoteles. Dieses Urteil ist in beiderlei Hinsicht falsch. Zum einen kann man die hellenistischen Denker nicht als Epigonen der Klassiker bezeichnen, zumindest nicht des Platon und Aristoteles, die beide, wenn man die unmittelbar folgende Geschichte betrachtet, relativ wirkungslos gewesen sind. Platon hat seine breiten Wirkung erst im Neu-Platonismus der Späteantike erfahren und Aristoteles gar erst im späteren Mittelalter. Zu ihrer Zeit waren sie, wie nicht anders zu erwarten, zunächst nur zwei philosophische Lehrer unter vielen. Und als Vorläufer der Hellenisten lassen sich viel eher ihre Konkurrenten, nämlich die Kyniker, Kyrenaiker, ansehen, die von Antisthenes und Aristip, Sokrates-Schüler wie Platon, angeführt wurden. Die Hellenisten sind also nicht die Epigonen der Klassiker Platon und Aristoteles, sondern durchaus eigenständige Denker, die andere Strömungen der vorausgehenden Epochen aufgreifen und zu systematischen Vollendungen bringen. Zum anderen ist auch ihre Bedeutung keineswegs geringer zu veranschlagen. Sie haben das abendländische Denken mindestens ebenso sehr beeinflusst wie die Klassiker. Man denke nur daran, dass Kikero Cicero, der über Jahrhunderte der Hauptvermittler antiker Philosophie gewesen ist, im Wesentlichen hellenistisches Gedankengut wiedergibt. Und was unsere Glücksvorstellung bezifft, so ist der Hellenismus zweifellos die wichtigere Epoche. Denn wie gezeigt, sind hier die Grundlagen entstanden. Daher erscheint mir eine gründlichere Beschäftigung mit dieser Zeit von einigem Interesse, nicht zuletzt um herauszufinden, wie viel Traditionsgut wir in unseren Begriffen unkritisch weitertransportieren. Das geeignetste Mittel dazu ist, zu den Quellen zurückzugehen, aus denen die Begriffe geflossen sind. Dann lässt sich beurteilen, ob überhaupt die Probleme, zu deren Lösung sie gebildet wurden, noch die unsrigen sind. Aber nicht nur der hellenistische Begriff des Glücks, also das, was unter Glück verstanden wurde, verdient Beachtung, sondern nicht minder der Weg, es zu erreichen, den die Hellenisten einschlagen. Und das ist der zweite Anlass dieses Buches. Der hellenistische Weg stellt nämlich nicht eine echte, nicht nur eine scheinbare Alternative zum neuzeitlichen Vorgehen dar. Wenn das Glück in der Erreichung aller selbst gesetzten Zwecke in der Befriedigung aller eigenen Bedürfnisse besteht, dann kann man auf zweierlei Weise versuchen, es zu erlangen. Man versucht entweder möglichst viel Befriedigung oder möglichst wenige Bedürfnisse zu haben. Die Neuzeit hat den ersten Weg beschritten. Sie hat es unternommen, die Natur dem Menschen untertan zu machen, damit er durch ihre technische Beherrschung seine immer neuen Bedürfnisse befriedigen könne. Inzwischen ist man freiwillig auf die Gefahren und Nachteile dieser Einstellung, die bis zur völligen Zerstörung unserer Lebensgrundlage gehen können, aufmerksam geworden und sind auf Abhilfe. Jedoch beruhen die Versuche der Besserung auf demselben Prinzip. Man versucht weiterhin, die Natur in den Griff zu bekommen. Nur so, dass man auf die möglich negativen Konsequenzen Rücksicht nimmt. Freilich scheint vielen, dass dies die Probleme nur verlagern und schließlich in die Ausweglosigkeit führen werde. Daher wird der Ruf nach echten Alternativen laut, die das ganze Prinzip der Naturbeherrschung infrage stellen und zu einer neuen Bescheidenheit führen. Hier nun könnte eine Beschäftigung mit dem Hellenismus weiterführen. Denn die hellenistischen Denker haben von vornherein den alternativen Weg gewählt, nicht die Natur den eigenen Zwecken, sondern umgekehrt, diese, jene anzumessen. In der Überzeugung, dass wenn das Glück in der Erreichung aller Zwecke besteht und die Wahl unserer Zwecke bei uns liegt, der kürzeste und sicherste Weg zum Glück darin besteht, sich nur solche Zwecke zu setzen, bei denen kein Zweifel besteht, dass sie verwirklicht werden. Was darauf hinausläuft, dass man sich nur Zwecke setzt, von denen man sicher ist, dass man sie selbst jederzeit aus eigener Kraft verwirklichen kann. Damit wir können, was wir wollen, müssen wir wollen, was wir können. Dieses Prinzip der Zweckökonomie gestattet es uns den Hellenisten auch, trotz ihrem subjektiven Glücksbegriff, an die Möglichkeit allgemeinverbindlicher Glücksregeln zu glauben. Die Aufstellung solcher Regeln war für sie sogar die eigentliche Aufgabe der Philosophie, die sie ganz diesem Zwecke unterordneten. Alle wissenschaftliche Betätigung war nur dann berechtigt, wenn ihr unmittelbarer oder mittelbarer Bezug zur Glücksseligkeit des Einzelnen einsichtig war. Andernfalls war sie nutzlose Spielerei. Bei Epikur, der in diesem Punkt besonders konsequent war, führte das zu einer ausgesprochenen Bildungsfeindlichkeit. Philosophie war Heilslehre im engsten Sinn. Sie dient ausschließlich der richtigen Lebensgestaltung, und zwar nicht nur in der Theorie, sondern ebenso in der Praxis. Die hellenistischen Philosophen beschränkten sich nicht auf einige Vorlesungsstunden in der Woche, um dann ihr eigenes Leben zu leben, sondern sie lebten auch vor, was sie lehrten, in der Gemeinschaft mit den Schülern. Darauf beruhte auf sich ein Großteil ihrer Wirkung, denn der Einsatz des eigenen Lebens ist allemal wirksamer als Kathetervorträge oder papierende Schriften. Dass ein allgemeines Glücksrezept trotz der Privatisierung der Eudharmonie möglich schien, lag zum einen am Prinzip der Zweckökonomie selbst, welches das Glück ja nicht auf die a priori nicht vorhersehbare individuelle Bedürfnisstruktur gründet, sondern die Bedürfnisstruktur selbst vorschreibt, indem es nur stillbare Bedürfnisse gestattet. Welche Bedürfnisse aber stillbar sind und welche nicht unterliegt nicht der privaten Entscheidung des Einzelnen, sondern ist objektiver Tatbestand. Zum anderen lag die Möglichkeit eines allgemeinen Glücksrezepts an der Art, wie die Hellenisten die stillen Bedürfnisse, die erreichbaren Ziele, Zwecke bestimmten. Deren Zahl tendierte gegen Null, sodass sich ganz konkrete Lebensregeln, die sich aus einer endlichen Zahl bestimmter Zwecke ergaben, ableiten ließen. Die oberste Glücksregel lautete also, entwickle nur solche Bedürfnisse, die du jederzeit befriedigen kannst. Setze dir nur solche Zwecke, deren Verwirklichung außer Zweifel steht. Für die Interpretation der Welt ergab sich daraus die Aufgabe, sie so zu erklären, dass allein das als wahrer, zu erstrebender Wert erschien, was jederzeit verfügbar war. Alles Unverfügbare aber sich als wertneutral, als gleichgültig herausstellte. Das war das gemeinsame Programm der hellenistischen Philosophie, wie es sich aus den überkommenen Resten ausgehend vom epochalen Individualismus rekonstruieren lässt. Denn die hier dargelegten Gedanken zur Grundlegung der Gesamtepoche beruhen zum großen Teil auf Rekonstruktion und lassen sich in dieser Form nicht mehr aus den überlieferten Quellen unmittelbar belegen. Ich will auch nicht behaupten, dass sie sich so je im verlorenen Schrifttum fanden. Mir scheint jedoch, dass sie zum Verständnis der Epoche sehr hilfreich sind, weil sie das, was uns noch überkommen ist, in einen vernünftigen und nachvollziehbaren Zusammenhang bringen. Ich vermute daher, dass irgendetwas derartiges in den Köpfen der Epochengründer vorgegangen sein muss, auch wenn es vielleicht mit etwas anderen Begriffen gefasst wurde. Bei der Lage der Überlieferung ist jeder Interpret des Hellenismus auf Rekonstruktion angewiesen, um ein einigermaßen stimmiges Bild der Epoche und der einzelnen Schulen zu entwerfen. Dass dabei immer verschiedene Lösungen möglich sind, versteht sich von selbst. Obwohl also die hellenistischen Schulen dasselbe Ziel verfolgten, lagen sie dennoch miteinander in heftigen Streit. Das hatte seinen Grund in der unterschiedlichen Konsequenz und Radikalität, mit der sie das gemeinsame Grundprogramm durchzuführen trachteten. Am naivsten und radikalsten gingen die Stoiker vor. Da sie für letztlich alles unverfügbar war, außer der eigenen inneren Einstellung zu den Dingen, forderten sie, dass man schlechthin alle Dinge für indifferent halten müsse, außer dieser Einsicht selbst in die Indifferenz der Dinge. Und diese Einsicht war das, was für sie Tugend ausmachte. Epikur verhielt sich bedenklicher. Er glaubte nicht, dass man sämtliche Werte durch vernünftige Überlegungen beseitigen könne, sondern dass unsere Gefühle der Lust und Unlust Wertungen enthielten, die uns gegeben seien und die sich nicht wegdiskutieren ließen. Er versuchte deswegen, das hellenistische Konzept dadurch zu verwirklichen, dass er mithilfe eines restriktiven Lustbegriffs Lust und Unlust als jederzeit verfügbar aufwies. Auf diese Weise gelangte er zum Hedonismus. Die Pyronäer schließlich waren noch vorsichtiger. Sie glaubten, dass auch das Glück letztlich nicht verfügbar sei. Da es sich aber als höchstes Gut nicht als indifferent bezachten ließ, versuchten sie darzulegen, dass schlechthin unerkennbar sei, worin es bestehe. Zu diesem Zweck entwickelten sie den Skeptizismus. Alle drei Entwürfe sind historisch überaus wirkungsmächtig gewesen. Sie sind nicht nur die Repräsentanten einer einzelnen Epoche, sondern sind darüber hinaus zu bestimmten Ethiktypen geworden. Die Begriffe Stoizismus, Epikureismus und Skeptizismus werden in der Geschichte vielfach zur Bezeichnung überhistorischer Grundhaltung gebraucht. Vom antiken Skeptizismus lässt sich sogar sagen, dass nicht nur seine Grundhaltung, sondern auch die Argumentation zu ihrer Stützung kaum etwas von ihrer Aktualität verloren hat. Wer sich die Begründungen späterer Skeptiker bis heute anschaut, wird feststellen, dass nichts entscheidend Neues hinzugekommen ist, dass vielmehr immer wieder auf dieselben Argumente und Argumentationsformen zurückgegriffen wird, die sich bereits bei den antiken Skeptikern finden. Das allen hellenistischen Schulen gemeinsame Grundkonzept der Zweckökonomie aber scheint mir heute besondere Aktualität zu erhalten, eben weil es eine echte Alternative zum neuzeitlichen Prinzip der Naturbeherrschung mit allen seinen Nachteilen darstellt. Es hat sogar den Anschein, dass diese Alternative nicht nur der kürzere und sichere Weg zum Ziel ist, sondern auch der einzig mögliche. Denn wie sich herausstellt, zwingt auch der neuzeitliche Weg notwendig zu einer Bedürfnisökonomie, weil er offenbar widerstreitende Bedürfnisse erzeugt, von denen jeweils nur die eine Alternative befriedigt werden kann, während die andere aufgegeben werden muss. So schaffen Kernkraftwerke zwar billige Energie, aber sie gefährden unsere Sicherheit, sodass zwischen dem Verlangen nach ausreichender Energie und dem nach Sicherheit entschieden werden muss. Ebenso gewährt die Züchtung neuer Arten zwar größere Erträge, aber diese Produkte schmecken nicht mehr und so weiter. Außerdem ist es eine Einsicht, die fast so alt wie die Menschheit ist, dass man, wenn man seine Bedürfnisse ungehindert sich entwickeln lässt, dadurch ein Fass ohne Boden schafft. Dass man durch technische Naturbeherrschung schließlich alle Bedürfnisse vollständig befriedigen und dadurch das Glück vollkommen machen könne, ist offensichtlich... Die Erfahrung lehrt, dass steigende Zivilisation und steigender Wohlstand die unbefriedigten Bedürfnisse nicht vermindern, sondern nur verändern. Der Reiche hat zwar keinen Hunger, aber dafür Angst um sein Geld. Es ist zu vermuten, dass die Glücksbedrohung auf jeder Entwicklungsstufe gleich ist, weil jede neue Bedürfnisse schafft. Die Angst vor dem Säbelzahntiger oder der Rache der Götter ersetzen wir mühelos durch die Angst vor der Atombombe. Der einzige Weg, das Glück zu erhöhen, scheint also eine geeignete Bedürfnisökonomie. Auf unsere heutigen Verhältnisse angewendet, würde das natürlich nicht besagen, dass wir in die Höhlen zurückkehren sollen. Ein Leben in die Eugenis-Tonne würde keiner von uns längere Zeit überdauern. Aber die hellenistischen Denker könnten uns zum Beispiel daran erinnern, dass keinerlei Opfer oder Entsagung bedeutete, wenn wir in Zukunft wenigstens davon absehen, immer neue Bedürfnismöglichkeiten zu entwickeln. Dass solche Bedarfserweckung eher das Unglück als das Glück vermehrt, lässt sich leicht am Beispiel der Dritten Welt ersehen, deren Völker, wenn man den Berichten glauben darf, ein relativ problemloses Dasein genossen, ehe sie unser Bedarfsleben kennenlernten. Das bestätigt die hellenistische Auffassung, dass es töricht ist, Bedürfnisse zu erzeugen, die man nicht hat. Da das Glück in der Zufriedenheit, also im Fehlen der Bedürfnisse liegt, kann die Bedarfserregung nur Unglück bringen, während andererseits der Verzicht auf neue Bedürfnisse keinerlei Entbehrung mit sich bringt, denn Wünsche, die wir noch gar nicht kennen, weil wir sie erschaffen, bereiten uns keinen Kummer. Es ist schwer vorstellbar, dass Luculus je die Zigaretten vermisst hat.